Hast du euch irgendeine Eigenschaft dafür, so, Feuer, Teufel? Menschen jagendes Rudel Menschen jagende Tiere der Gattung Wüstenfüchse sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in der Region umher, steht auch zur Suche nach menschlichen Fleisch. Sie können nicht durch Türen gehen, weswegen es ratsam ist, den Künstler nicht rauszulassen. Geschütztümmel werden von ihnen nur angegriffen, wenn sie aktiv sind. Das Rudel wird in die Gegend ein paar Tage wieder verlassen. Aha, joa. Sind ein paar, ne? Jetzt wird direkt direkt zu unserer Base, ne? Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ihr gehts alle nur rein, Leute. Äh, Beschränkung. Äh, könnt ihr bitte einfach mal... in der Wohnung bleiben? Was haltet ihr denn da? Habt ihr ein Gebiet, Wohnung oder kurz? Zonangebiet, ich will ein neues Zon... eine neue Zone erstellen. Liegen das dann nochmal so lange her? Hm, hm, hm. Äh. Aber das Gebiet, weiter war das, ne? Heimat. Bitte verwalten. B2 heißt jetzt einfach mal... Äh, Haus. Oder Base. Base. Ihr dürft nur hier dranbleiben, jetzt, ja? Wenn ihr hinkommt, könnt ihr auch da reingehen, wenn ihr wollt. Dürfen wir nicht raus, jetzt. Das ist jetzt assi, aber... Es ist kein Bock, dass ihr von den Fuchs angegriffen werdet. Weil ihr trafet eh nicht, Leute. So, Leute. Beschränke. Alle rein, los. Herr Wettber, lauf. Oh! Okay. Halt, wenn sie hier reinkommen. Hunter. Waffen. Hier hin. Kassandra. Waffen. Da hin. Nico. Waffen. Da hin. Scarlett. Notfalloption. Da hin. Falls ihr reinkommt, einfach ballern. Fuck, Alter. Ob die die Tür zerstört haben? Äh, die Kuh. Warte kurz. Äh, Tira. Gibt bitte eure mal... Und bitte rein. Äh, Scarlett. Okay, Leute. Oh, nö. Äh, Scarlett. Du gehst weg. Schnell. Oder hier so durch. Hat es verletzt, aber das geht noch, oder? Ja, ja, geht noch. Okay. Können die schießen, sonst, äh, tun wir es töten. Oh, Alter. Warum macht ihr auch nicht auch die Tür kaputt? Alter, ganz ehrlich. Könnt ihr sich komplett dieses zurückziehen? Aber machen wir es nicht, Alter. Äh, alle? Oder nicht alle schießen, Leute. Nur Nahangriff. Nahangriff ist ein Problem. Schießen nicht erlaubt, Leute. Oh, fickt euch doch, Alter. Ich habe echt eingedrückt, schießen ist nicht erlaubt, oder? Das ist gerade irgendwie falsch verstanden. Ich habe auch, dass ihr sich gegenseit aufschießen, Leute. Ihr wisst schon, ich meine, ne? Okay. Sieht es bei euch aus? Körper. Äh, Kratzer, Kratzer. Am Kopf. Au. Nikes Bein. Äh, Wiesenfuck soll ich schon sagen, Alter. Kratzer, Kratzer. Ja, geht noch. Äh, könntest du bitte mal behandeln? Scheiße, Füchse. Oh, leid, die Leben noch. Oh, da kurz. Alter. Alter. Wenn du schon alle getötet, Alter. Da verwalten wir keinen von den Schatzfüchsen. Tja, die genischen Stüren. Aber greifen sie durch. Aber so an, ne? Das ist klar. Ah, hier haben wir auch ein Glück, Alter. Gut, ein bisschen Heilungszeug haben. Alle tot, wunderbar. Was ist das denn? Denk. Wie geht's dir? Am Kopf, Alter. Bullshit. Ey, was hast du da? Erst alle behandeln. Dann kannst du pennen gehen. Achso, ich brauche noch eine Tür. Elefant. Oh, okay. Erst alle behandeln. Tut mir leid, Olivia. Es ist mir echt leid. Nein, nein. Erst noch jemanden und dann darfst du. Leid. Leid. Wie viele Elefanten, Alter. Ich tue mal lieber nicht angreifen, sondern tot, Alter. Schon geil. Ich versteck. Ich hab' alle anderen Kratzer bekommen. Okay, ähm, das ist geil, wenn man wieder am Kopf kommt. Und ich mach's gar nicht am meisten verlässt, Alter. Okay, das ist ein ziel Nahkämpferin, klar, aber... Mann, ey. Und Schütter der Ranten. Wir brauchen neue Türen, ne? Will ich gerade. Naja, aber auch schon wieder schon weiter. Hier, Türen. Brauchen auch mal Stahl, ey. Geht also gar nicht. Heute ist es scheiße. Mann. Oh, lol. Äh, Beschränkung? Äh, Heimat. Nee. Unbegrenzt erst mal wieder, logischerweise. Ja, Tiere. Äh, nee, auch nicht, auch nicht Tiergebiet. Können ruhig, da konnten Heimat mal rumgammeln, oder? Ja, wobei. Kommen wir, oder? Du kannst hier, die wir mal gleich erweitern, dass sie ein bisschen mehr frei herum haben. Beziehungsweise jetzt. Hm. So, nice. Fascher abgestoßen, wunderbar. Und die für die Geschütze brauche auch ihr Bauteil, 1000 Prozent, Leute, aber egal. Boah, weiter ab und finde weiterhin keine Bauteile. Ich könnte kotzen, Leute. Wie immer wieder Fleisch von fucking, von Füchsen, alte dazu. Ah, jetzt scheiß Fücher, alter. Ganz ehrlich. Hm, ja, okay. Na gut. Riebenlager mit Walter weiter, wunderbar. Okay, nächste Folge, nächste Folge mal. Dein, alter. Hier drüben, mal gucken. Wollte ich diese Folge machen, aber... Hey, komm, egal. Wie sieht echt von der Story aus? Lang nichts passiert, ja? Bald nächster Angriff würde ich sagen. Oder nächster Event. Äh, 30 Tage, alle. Läuft nicht so gut. Wenigstens geht es wieder allen gut. Ich glaube, keiner hat Einschränkungen auch zu Hunter. Genau. Oder alle die sie. Na gut. Und die Tiere schlafen auch dran, dann merkt man schon. Okay. Ähm. Ach, du spielst hier oben. Du bist ja selbstverständlich. Ich brauche meinen Kack da unten ab. Ich möchte hier meine Wand durchziehen. Da hat er auch, bitte. Äh, könnt ihr schon mal sagen. Äh, hier. Strukturen, Steuerer, Strukturen, Steuerer, Niskor. Ich bin mich da inborn, korrekt. Die Strukturen irgendwie Stoff herstellen. Stoff 80. Also die Strukturen ja normalen Stoff herstellen jetzt wiederum. Ah, Mann. Können wir mal gucken. Gibt es für einen schönen Tisch? Produktion. Ein Nähtisch. Haben wir doch hier. Oder? Das ist doch ein Nähtisch. Äh, äh. Holz-Nähmaschine. Das ist auch okay. Ja, alles. Wenn nicht hier irgendwo. Ante? Und Nico? Krankheit? Oh, äh. Malaria. Warum? Woher vor allem? Ganze Körper. Äh, 300 Prozent. Blutreinheit. Wurstsein. Ja, Nico? Bist du mal antuswichtiger? Sorry. Ja. Brunnen, Wettläuter. Können wir uns umortieren? Blutreinheit. Hm? Olivia? Jetzt war ich schon ein bisschen krank, okay. Okay, macht das schon. Ja, gut. Ich hoffe, das halt, Alter. Ich habe keine gute Medizin mehr. Ich wollte es ja auch noch, Alter, was ist jetzt los gerade? Monetät 80 Prozent. Monetät 62 Prozent. Oh, okay. Ich habe schon. Kraft zu an, was ich euch greife an, aber sowas von Alter. Deutschland ist die einzige, die gerade vedr.. Ist natürlich noch draußen. Nee, ist es egal. W-aarn! macht das jetzt kommt es noch mal scheiße ich los ab er hat hier wird immer dran tiere dann das da rum rennt also ich hier los schwanger so ja erst okay naja so wird aber schon vor sich noch an kraft oder so ich hab auch drauf ja überhaupt schon bald wieder ab ja ich bin auch krank geworden weiß wieder kann ich auf darauf übernehmen das alter geht es euch mittlerweile die 8 prozent wunderbar du in 6 prozent ist behandlung überfall alter kommt irgendwann noch vorbei was habt ihr schon dabei bogenknüppelbogen wir könnten folgendes machen sicherheit das ist egal warum wird sind die schon da tut mir leid ich will sich nicht aufwecken es tut mir echt leid der schießt nicht nur einen obwohl da ich mal niedergemachter singen nicht auf unsere solarpanels alter folgendes du gehst dahin wer hat nur nicht die anbauen skadet du bist da die ok ante wir schießen als ob er getroffen hat treffe nicht gibt es nicht alter ist ein trick dahin ok scarlett nico dahin scarlett verraten nico Nico? Ihr ist mutig, alter. Okay, warte, 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 warte. Okay. Warte, wie geht's dir? Ich hab's nicht mitbekommen, alter, mal wieder. Boah, Alter, was los? Moment, was hast du? Wir brauchen noch Leute. Okay, er kann ein bisschen was. Er kann auch noch Tiere machen. Wir fangen den. Wir probieren ihn zu retten. Wie sieht es bei dir aus? 11 Stunden. Hm. Okay, Elevea. Ich test das jetzt. Äh, wer ist denn noch? Heiler. Wer hat er als Arzt? Arzt, Pfleger. Ach, Kacentra. Was ist jetzt ungünstig? Wie sieht es bei dir aus? Nee, 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 nee. Boah, Alter. Tut mir leid. Danach. Dann auch noch reinigen. Dann, Lassdor. Sorry. 300%. Ach, das schon weg? Oder was? Niko? Fuck, wo ist Niko hin? Niko? Olivia? Was war das? Naja, egal. Hä? Ey! Okay. Gut. Äh, bin ich jetzt auf das Spiel. Äh, gut. Bekomme ich das. Ich habe das rausgekommen, wenn ich so nicht zustande war. What the fuck, Alter. Kannst du gibts?